Servus Leute, wo es geht, hier ist BeatVertrag und ich sag's euch mal an. NFTs sind in der Form, wie man es bisher am besten kennt, nichts anderes als Betrug. Es gibt sogar Möglichkeiten, NFTs sinnvoll einzusetzen, aber in diesem Video soll es nur darum gehen, warum NFTs im Zusammenhang mit dem Kunsthandel einfach nur Abzocke und Verschwendung ist. Zunächst, bei einem NFT handelt es sich nicht wirklich um digitale Kunst, sondern nur um ein digitales Zertifikat für Authentizität bzw. Echtheit und die stehen dann in Verbindung mit einzigartigen digitalen Kunstwerken. Dieses Zertifikat ist auf einer unveränderbaren Datenbank gespeichert, bekannt als Blockchain. Soviel zu einer kurzen Definition von NFTs. Und jetzt zu all den Problemen daran. Das offensichtliche erstmal, beim NFT handelt es sich wie gesagt nicht um das Objekt selbst, sondern nur um einen Verweis dorthin, also praktisch wie eine Rechnung. Wenn so ein Bild im Internet gehostet wird und das irgendwann gelöscht werden sollte, ist das NFT praktisch wertlos, da es auf etwas zeigt, was nicht mehr vorhanden ist. NFTs werden aber viel zu oft so vermarktet, als würde einem das Bild dann gehören, was aber einfach nicht stimmt. Diejenigen, die solche NFTs erzeugen, sogenannte Minter, sind oftmals Kunstdiebe, die die Werke anderer nehmen und damit versuchen Geld zu machen. Da alles auf der Blockchain ziemlich anonym gestaltet ist, ist es auch schwierig, solche Diebe zu fassen. Ehrliche Künstler, die glauben, mit solchen NFTs Geld zu verdienen, werden schnell die traurige Realität erkennen, dass das Erzeugen von NFTs sehr oft mehr kostet, als es einbringt. Das Erzeugen eines einzigen Zertifikats kann schnell im dreistelligen Bereich landen. Viele von den großen Verkäufen, die man mitbekommt, sind häufig wieder mal Betrugsmaschen. Entweder Geldwäsche oder auch Verkäufer, die ihre eigenen Werke kaufen, um den Preis künstlich in die Höhe zu treiben. Beispiel. Person 1 mintet ein Bild, das theoretisch nichts wert ist. Da Person 1 ziemlich schnell feststellt, dass niemand das Bild kaufen will und der 100 Euro für das Mitten investiert hat, macht er einfach ein zweites Kryptowallet auf und kauft sich sein eigenes Werk für 5000 Euro ab. Die Transaktion kostet auch nochmal ein bisschen was, aber dafür gibt es jetzt eine öffentlich einsehbare Transaktion, die bestätigt, dass das Werk von Person 1 für 5000 Euro verkauft wurde. Damit macht er jetzt natürlich Werbung mit der Aussage, sein Kunstwerk wurde für über 5000 Euro verkauft. Mit seiner zweiten Wallet sitzt er dann als NFT für einen noch höheren Wert auf dem Markt, worauf dann tatsächlich Leute hereinfallen und es für einen entsprechenden Wert kaufen. Person 2 kauft das NFT zum Beispiel für 8000 Euro. Person 1 hat seine Investition plus Gewinn wieder, während Person 2 8000 Euro weniger hat und auf einem praktisch wertlosen Bild sitzt. Und jetzt versucht natürlich Person 2 wieder, das eigentlich wertlose NFT loszuwerden. Und genau diese falsche Vorstellung und Spekulation von Wert ist das Ziel von sehr vielen Mintern. NFTs werden lediglich von Hype beflügelt, ein tatsächlicher Wert ist nicht vorhanden. Viele Gamer befürchten aktuell auch zu Recht noch, dass Entwickler NFT's in Spiele mit einbauen wollen, um bei Mikrotransaktionen noch zusätzlich abzusahnen. Dazu kommt auch noch der hohe Energieverbrauch, der für das Aufrechterhalten der Blockchain und die Verarbeitung aller Transaktionen benötigt wird. NFTs sind ein Paradebeispiel für Betrug und Spekulation über Wert, der nicht vorhanden ist. Es gibt wie gesagt auch Fallbeispiele, bei denen NFTs tatsächlich sinnvoll eingesetzt werden können, aber beim Thema Kunsthandel bzw. in der Form, in der sie die meisten aktuell durch den Hype kennen, ist nutzlos.